Fricht im Heuten auf den Farben im Graflande. Obendrauf kommt Schmolle und Graflande. So lecker! Die Beeren mit einer Kugelchokowice. 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 Mitgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Die Beeren mit einer Kugelchokowice. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Die Beeren mit einer Kugelchokowice. 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 Meinst du, die suchen uns? Wahrscheinlich. 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 Komm weg hier! Wir sind jetzt. Wir reden später. Wir lassen uns her. Aber. Die anderen machen schon. Nur hier. Kommen los und in der Kempfer. Das zieht uns nur mit rein. Ja, nicht. Folgt mir. Nehmen wir ab. Wir gehen in die Steppen hin. Hey, sieh da. So, was verdächtiges bemerkt. Ist die Sassen vielleicht hier und da etwas aufgefallen? Aber es ist nicht so gut. Immer noch keine Spur. Bein uns. Jawohl. So, wie bitte. So, was gehts? Ex tenho. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020